Das ist meine Mummelbahn und die geht da lang und durch den Tunnel wo Licht ist und dann geht die da weiter und da ist eine Batterie und die Batterie ist am Licht befestigt und da packt man die Mummel rein und dann geht sie da lang und schubst die um die geht durch den Tunnel dann also erst geht sie nach unten und dann geht sie durch den Tunnel und dann schubst die Menschen da um